Hallo, heute war kurz vorgestellt ein Duellspiel, und zwar Elchfest. Es ist ein Spiel für zwei Spieler, es ist ab acht Jahren geeignet und eine Runde dauert ungefähr 15 Minuten. Ziel des Spiels ist es, seinen eigenen Elch auf das Landstück des anderen Elchs zu bringen. Dazu könnt ihr durch Schnippen die einzelnen Felsen hin und her bewegen, wodurch er dann von Fels zu Fels letztendlich auf das andere Landstück kommen sollte. Der Platzbedarf bei dem Spiel ist relativ individuell, da man die Entfernung von den einzelnen Landstücken variieren kann. Das Spiel so gibt es leider nicht mehr im Namen zu kaufen, da könntet ihr Glück haben, dass ihr es dann durch einige Internetportale oder vielleicht sogar auf dem Flohmarkt erwerben könnt.